Hallo Leute, wie jeden Monat an dieser Stelle die neue Heftvorstellung. Gerade heute aus dem Druck gekommen, das neue Rockart, das am Kiosk so aussieht. Also schön eingeschweißt mit Creator Live CD. Da dürften ja die meisten von euch schon von erfahren haben. Wir haben das ja im Heft schon angekündigt. Ist ein vollständiges Live-Album, das es im Handel nicht gibt. Titel ist Terror Prevails und ist aufgenommen worden auf dem Rockart Festival. Hat einen Top-Sound und ist schön im Digipack verpackt. Mit netten Fotos und so weiter. Also gibt es nur so. Kostet 6,90 Euro das Heft mit der CD. Holger hat die Titelgeschichte gemacht mit Mille. Hat also eine, ja, hat die ganze Karriere aufgerollt. Ist fast in Mille reingekrabbelt. So persönlich ist das Interview. Sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und da dürfte also selbst Milles Mutter noch ein paar Sachen erfahren, die sie über ihren Filios nicht gewusst hat bis jetzt. Ja, wie gesagt, Titelgeschichte von Holger. Ein Rundumschlag für alle Creator-Fans auf jeden Fall unverzichtbar. Dann haben wir natürlich was über Motorhead im Heft. Das neue Album, das neue Motorhead-Album erscheint in, ich glaube, zwei Wochen. Oder für euch, wenn ihr das hier seht, in den nächsten Tagen. Wir machen übrigens ein Motorhead-Sonderheft. Am 1. Dezember wird analog zum Maiden-Sonderheft, das jetzt gerade ausläuft, wird eine Motorhead-Sonderausgabe erscheinen. Da sind aktuelle Interviews mit allen Bandmitgliedern drin. Ist auch ein längeres Lemmy-Interview drin und so weiter. Und natürlich ein Best-of aus alten Rockhards. Acht Poster sind dabei. Nicht verzerrt diesmal. Ohne technischen Fehler könnt ihr euch drauf verlassen. Also Cover-Poster, so wie ihr die aus dem Rockhard gewohnt seid. Und nicht so verzerrt, wie das leider bei dem Maiden-Heft ja der Fall war. Gut, wir haben aber auch im normalen Rockhard, wie gesagt, eine Lemmy-Geschichte drin. Dann gibt es den zweiten Teil von King Diamond. Es gibt zehn weitere Seiten. Interview von King Diamond. Ihr seht auch, wie King Diamonds Frau aussieht. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Da müsst ihr schon ins Heft gucken. Und das Schönste für King Diamond-Fans, es wird sogar einen dritten Teil geben. Weil mit dem zweiten Teil, mit den zweiten zehn Seiten bin ich auch nicht hingekommen. Das Gespräch ist noch länger gewesen. Sehr witzige, interessante Sachen drin. Dann gibt es eine Tryptikon-Geschichte von Wolf Rüdiger diesmal gemacht. Auch sehr interessant. Ja, Virgin Steel ist ein sehr zweischneidiges Thema bei uns im Büro. Für manche ist es die Enttäuschung des Jahres. Vor allem was die Produktion angeht des Albums. Für Buffo ist es fast auf Noble-Savage-Niveau. Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, wir sind hier im Büro da sehr gesplittert. In zwei Lager aufgesplittet. Und diesen Streit liest man auch im Heft. Ja, das wäre es für jetzt zum neuen Rockart. Es gibt natürlich auch eine Geschichte mit der Album des Monats, Landchen Kodex, die auch gerade für das Rockart bestätigt worden sind. Für das Rockart Festival. Eine längere Geschichte, auch sehr interessant, wie ich finde. Von Boris diesmal. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Heft. Und wir sehen uns dann spätestens bei der Motel-Sonderausgabe wieder. Tschüss.